Stell dir vor, es gäbe ein Arbeitsfeld, das dir mehr bietet, als du bisher konntest und durftest. Stell dir vor, du könntest deine Kompetenzen besser einbringen und dein Einsatzbereich wäre vielseitig und interessant. Du könntest relativ selbstständig arbeiten und deine Aufgaben füllen dich aus. Und es gäbe einen Studienplatz für dich, um dir die Tür zu diesem Traumberuf zu öffnen. Community Health Nurse – dein neues Arbeitsfeld Was das ist? Community Health Nurses, kurz CHN, sollen zukünftig erste Ansprechpartner und Partnerinnen bei allen Fragen rund um Gesundheit und Krankheit sein. Dabei wird besonders Wert auf Gesundheitsförderung und Prävention gelegt. Es ist doch viel besser, wenn die Menschen gar nicht erst eine Diabetes oder einen Bluthochdruck entwickeln. Aber der Einsatzbereich und die Aufgaben von Community Health Nurses sind ganz unterschiedlich. Du könntest zum Beispiel in Hausarztpraxen oder Pflegeberatungsstellen arbeiten. Der typische Einsatzort von CHN sind Gesundheitszentren. Dort siehst du als Erste die Patientinnen und Patienten mit ihren Fragen und Problemen, machst dir ein Bild und koordinierst die weitere Versorgung zusammen mit Ärzten, Physiotherapeuten, Ernährungsexperten oder Wundmanagern. In Deutschland stehen wir gerade vor einem Umbau im Gesundheitssystem. Andere Länder sind uns da schon ein paar Schritte voraus. Hier werden CHN bereits eingesetzt, wenn auch noch unterschiedlich umfangreich und etabliert. Auch bei uns soll dieser Wandel stattfinden. Klar ist, dass wir ihn brauchen. Die Menschen werden immer älter. Dadurch gibt es mehr kranke und pflegebedürftige Menschen. Hausarztpraxen, gerade auf dem Land, gibt es immer weniger. Wir brauchen also andere Lösungen. Es wird diskutiert, kleine Krankenhäuser in Gesundheitszentren umzuwandeln. Ein breites Spektrum an Versorgungsleistungen also, die aufeinander bezogen sind. Bei guter Erreichbarkeit und guter Qualität. Community Health Nurses sind ein wichtiger Baustein dabei. Überzeugt? Bewirb dich für ein Community Health Nursing Masterprogramm. Zum Beispiel an den Hochschulen in Witten, München oder Fallendal. Gefördert wird das Ganze durch die Robert-Bosch-Stiftung. Zusammen mit der Agnes-Kahl-Gesellschaft im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, DBFK, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Community Health Nurses in Deutschland zu etablieren. Unser Ziel ist klar. Wir wollen den Menschen heute besser helfen können. Bist du dabei? Bist du dabei? 2 1 2 3 3 3 4 Thä sıra 4 5 L 6 7